Pikmin 3 Pikmin 3 Pikmin Pikmin 3 Pikmin 3 Pikmin 3 Pikmin 3 Jooo das ist 4k oder? Das ist 4k auf jeden Fall Da merkt man direkt, dass die in der Switch-Version haben sie ein Zehnchen draufgelegt Ein Zehnchen sagst du? Ja ein Zehnchen Bingo Duell Das Bingo Duell ist massiv hart eigentlich Du wirst gern auch das spielen Also ich wär für die Story sogar Ja ok Natürlich sind wir zwei Spieler Aber du merkst da, du siehst da richtig das Wii Ui raus, weißt du? Ja das auf jeden Fall ja auch dieses so Außen wie das so Das ist massiv für Wii U einfach Aber wir machen normal, weil schwierig ist ein bisschen fucked up Normal Pass auf Ja aber gleich kommt ein Gaming-Witz Daxel? Ja ja so ein Aber lustiger? Ja so ein lustiger Ja ja Guck mal jetzt Ja ok ok Kopei 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 Ja 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 Ich kanns je vorstellen So weit habe ich noch nicht gespielt Ja ja das hier kommt erst am Ende raus Aber du bist ja so Pikmans größter Fan Ich schwör' Ich feier das auf massiv Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so sehr Pikmin rappt wie du, ja? Du sagst, ne? Ich schwöre, ich kenn niemanden, der Pikmin so oft und so mehr hart rappt wie du. Jetzt hier, PNF 404. Warte, warte, Hamza. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, warum ist denn das jetzt gerade so lustig? Weil, ähm, es gibt nämlich auf, äh, wenn du in deinem Browser auf ne Seite gehst, die nicht verfügbar ist, dann steht da 404, hier, und so, das steht für Page Not Found. Ja, 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 ja. Oh, Miyamoto, dieser Teufelsgerl! Ne, Miyamoto hat sich wirklich alles getraut mit dem Spiel. Ja wirklich, also, er ist hier bei jedem Boundary gesprungen, ne? Aber so, ich schwöre, Pikmin ist glaub ich ehrlich, auch so seinen Ding, wo er einfach alles drausnauen kann, worauf er Bock hat so. Ich schwöre, da ist wahrscheinlich irgendwo Porn versteckt und so was auch. Ich kann ehrlich sein. Wenn in einem Spiel dann hier. Das ist auch ein harter Screen, den hab ich in meinem Video benutzt, äh. warum der anfang von pikmin 3 so das war dein comeback das war ein hartes comeback das war gar nicht so lange also mittlerweile ist auch vier jahre oder mittlerweile ist massiv lange ja schon ja das war ein krasses video und das ist einfach charlie ja aber charlie ist ein heftiger was soll ich so dialog boxen vorlesen ganz normal was neben dem break kenne ich schon ja und er ist billig er ist massig muss ich das mal so warten müssen spielen kann nee du kannst du schon mal dem multiplayer gespielt ja ich hab's mit usch noch einmal durch was so auf hackbasis ja schon also so auf hackbasis hier spricht charlie bitte kommen charlie hier bitte antworten keine antwort aber ich weiß auch dass das schiff drake das fand ich auch massiv heftig ich dachte erst irgendjemand man spielt mit mir ja schon aber drake ist aber ein heftiger name für ein schiff hoffentlich geht es in anderen gut im gegensatz zu mir sind die überlebens überlebenskampf nicht gewohnt ich mache mich besser auf die suche nach ihnen ich habe das hier die switch version habe ich aber nie mit motion kontrolle das wird jetzt also also habt ihr emuliert oder wie nee nee aber ich habe diesen also hack da wollen wir machen wie macht man da ich glaube jetzt haben sie sogar schon ausgestellt dass man es nicht so macht aber ja gemein ja der denkt dass wir das so drinnen haben ja nein der sollte aufhören zu denken der soll machen also vielleicht kann man ja genau ich würde erstmal weiter gehen ein bisschen weil gleich sollte er das mit dem pfeifen sagen und da sollte er eigentlich noch mal noch mal da sind auch schon die kleinen halunken ja aber diesen süßen oha würde ich sagen aber ich schwere das spiel sieht halt massiv heftig aus das muss man ja vor allem wir spielen gerade so 60 ps ja das ist auch krass ja ist das richtig so gut also ich glaube irgendwie kann man ja auch so resetten oder mit er macht so er macht so mischen aus das heißt also dass wir eingestellt haben okay okay wünsche mal gerne mal kurz so austesten ich bin so krass dass man nur so universell einschränken kann und nicht so ich stelle für mich also vielleicht war das auch ich will also wir haben ja nicht und wir nicht testen ja schon vielleicht aber können wir mal sieben so dass wir auch richtig aufgeteilt machen heftig erteilt 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 er ist ein teiler du bist ein teiler wie ein geodreiber oder so aber warte da hinten waren ja noch welche thema stimmen ja wieder profi tipp ja wirklich das ist für die ganzen kommen jetzt auch ja natürlich okay okay wir machen haben aber ich schwöre auch damals ich fand einfach diesen effekt von wie dieses rufen aussieht ich höre ich war einfach starstruck davon wie heftig die spiel aussehen ich feiere das einfach und vor allem jetzt kann man es einfach zweimal nebeneinander spielen so das ist einfach doppelt so gut glaube ich würde auch doppelt so gut bewerten aber es ist auch viel ist auf jeden fall ich höre dass einmal meine erste so pikmin also ich hab bisschen pikmin 3 gespielt aber auch so hier und da 1 und 2 ein bisschen normal aber ich würde es dazu meine erste richtige pikmin experience das ist ehrlich das ist einfach für die gespielt es sieht halt heftig aus dass so ein grafikkuren spiel merkt man ja schon aber ich bin auch eine grafikkure also loud and proud alter ja schon naja bruder wo muss ich so nach join ich glaube weil ich der erste war da reingegangen ist ja aber ich bin ja so alleine bruder ja ne da bleib ich aber ich finde es krass dass ich einfach hier chillen kann so ja ja das ist wirklich krass es rendert wirklich zwei mal komplett andere gegenden genau also das ist ja das ist crazy dass nicht aber zwei kameras sind sondern wo ich würde diesen heimgehen ja schon er sieht auch einfach hart aus dem massiv er sieht aus wie hier dings schuld night jemand der im knast kenne ich von smash brothers ja ich glaube es gibt nicht auch charlie oder so ich glaube nee sogar nicht es gibt es gibt wie ist nun mal der main du immer ist einfach ein black dude in white form die wieso wieso einfach massiv am fehlen ja okay okay das ist real das ist wirklich aber er ist halt auch ein bisschen aber ich so der anderen weib merke direkt ja er hat so nichts und er hat so lukas bei mir das dann aber sein name halbes eifer weißt du ich meine ja er ist auf einem guten weg eigentlich ein buchstabe fehlt so schreibt in die kommentare wenn ihr hier dafür da seid ne das so das würde ich mir sogar gerne aber die story ist auch einfach nur krass in diesem spiel würdest du sagen phänomenal phänomenal ist ist da wirklich ich glaube auch am ende vor allem bei der wii version als das gespielt habe habe ich auch irgendwie was post geschrieben wo ich geschrieben habe einem jahr so moved by the story oder irgendwie so gibt es die post doch über diese eine seite benutzt in dem glaube ich nicht mehr es gibt halt noch ein paar von mir weil ich bin mir sicher dass ich auch andere gemacht was es gibt ein paar wo ich weiß wo ich auch weiß die sind halt also die gibt es die wurden nicht gespeichert so aber so weil ich schwöre der eine pikmin teil weiner so aber so man merkt einfach schon an mal dem weib von meinem post das war immer wenn ich ein heftiges spiel gespielt habe habe ich danach geschrieben thanks for the game und dann zum beispiel bei wonder von der wand habe ich so das war ein heftiger das warst du hast du hast du hast du hast ja auch mal in deinen reviews gesagt aber guck mal ich schwöre ich lass dich jetzt ein bisschen auflegen naja aber du hast mal in deiner einen review ja zu hideo kojima gesagt dass man so die producer tags am ende in den credits lesen soll und meine mama das hast du noch nie gemacht das ist einfach das was mein bruder mir gesagt ich habe einfach das weitergeleitet aber ich schwöre er hat es auch noch nie gemacht niemand macht es ja schon aber was soll ich damit schon so yoshinori kitase am ende lese wo da ist der chilliger name so oder ich kann ihm alles aber was soll ich mit hilfe ja schon aber so du sollst einfach so viel stehen was er für dich im leben getan hat ich habe ich hätte indem ich mein hart und money da rein gesteckt aber ich war damals hat auch auf einem anderen rein ich würde ja du hast du hast einen universum du hältst halt auch so einen stock im arsch reviewer werden können ja schon schon aber so ich bin doch oft bin von der schiefen bahn bin ich wieder zurückgekommen ja lieber heroin junkie als game reviewer das stimmt aber ich schwöre das hier in 60 fps sieht massiv krass aus also für die leute die sich fragen wie er also mein fernseit einfach interpoliert das einfach auf 60 herz und er macht das noch gut also lass ihn er hofft sich zu beschweren jeder macht das ja ich feier das interpolation ja ich war ja das machst du also vor allem auch bei dem spiel ist massiv also wo es reinkackt sind halt sowieso wenn drin so schnelle bewegungen bei so der größeren sachen ja also ich bin einfach stolz darauf gerade pikmin zu spielen ja pikmin ist massiv heftig ich schwöre wenn wir durchziehen obwohl ich wollte sagen wenn wir durchziehen können wir heute durchspielen aber aber ich würde es nicht so lange wie man denkt wie lange denkst du denn ich schwöre dass es mindestens acht stunden lang nein ich höre dass nicht acht stunden das massiv nicht ich lieg so massiv so ich stecke mich gleich noch ein soft kuschelig angelehnt mikrofon schwebt über mir wenn du feierst wenn du feierst dann gönn dir sind das keime in dem ganze studio auseinander ach soll ich aufmachen ich habe ok krass also haben sie macht gerade meiner katze auf ich habe verstanden soll ich auch machen also so im sinne soll ich mich auch ein kuscheln deswegen meine ich wenn du feierst ich kuschel mich jetzt ein ich mache jetzt auch massiv gemütlich ich habe wieder massiv das micro gesteigen wir sind auch krank tatsächlich halt und deswegen ist halt auch chillig dass wir hier so aber ich schwöre pikmin einfach so auf punk angelehnt ist der chilligste vibe die man sich vorstellen aber so ganz viele nintendo spieler ja ja das stimmt aber so hier erst recht weil du halt so erwarten kannst ja schon das ist einfach so so das passt einfach und das passt wie auf einmal längst du jemand hat mal seinen arsch auf einmal gelegt hast du noch nie also hast du mal was ich überlege ehrlich und ich also so ich weiß es nicht aber so ich sag mal mich würde es nicht wundern auto der stück ist der mann weil er hat so ich habe so ein paar die bilder dabei ja normal aber so weil ich schwöre so war ich auf einmal hat wahrscheinlich voll wenige in ihrem leben gemacht so ist ich weiß ja nicht ob mein arsch auf einmal passen würde er ist schon groß da brauche ich ja dann auch einen großen eimer so ja das meine ich ja normalen badewanne auf einmal badewanne auf der arsch auf eine badewanne so denkst du jemand hat man hat konnte seinen ganzen arsch mit der badewanne aufbüllen das wäre massiv und meiste badewanne mit seinem ganzen arsch also ich glaube wenn noch nicht dann könnten wir diesen rekord setzen das stimmt eigentlich das stimmt sein werden massiv heftig ne ich stehe hier gerade ja schon ich gönn dir ein paar gönnir nicht besprochen nicht gewählt aber die brauchen halt jetzt die hilfen aber ich schwöre das funktioniert so viel besser mit motion control sagt mir das war so nervig mit stick das zu spielen also wirklich ich fand das nicht so geil du musst da wieder zwei drauf werden wir haben nicht gut logistik geraten mann ich habe doch schon genug drauf ja ich habe genug aber dann hast du die wieder gerufen ja aus meinen ja ja normal so ich gehen die das ja okay naja man immer hier ein paar danke man weißt du ich denke mir auch einfach so von schwierigkeitsgrad her ist das wie darkshows ja schon also bisher bin ich sehr so einfach ein kras ja schon muss ehrlich dabei so ich meine wenn ich wenn wenn wir sterben jetzt halt so wegen unserer krankheit dann ist das auch ein guter auf kranken wagen angelehnt oder dann kommen die rennen auch schuld am pikmin doch wenigstens haben die spaß gehabt das ist natürlich jetzt lustig das ist aber pappen pappen kann also ich hab's halt nie so richtig gespielt aber so ich höre ich hätte es gefallen weil ich denke das ist nicht so ein bisschen weil ich überlege die ganze zeit und es gab so ein paar spiele die auch sowas so nachgemacht haben ein bisschen von pikmin und das habe ich halt nie realisiert weil ich bin ja nicht so mit gamecube und so aufgewachsen und ich denke zum beispiel in ratchet und clank da gab es so mini games mit clank wo du dann auch so mehrere kleine roboter hattest und die musstest du dann auch den musst du so befehle schicken geh dahin mach das und sowas halt und weiß ich habe nie gecheckt so früher dass also ich habe generell bis heute nicht verbunden dass man am klatsch so war so mini game mäßig aber so vor allem damals natürlich nicht so ich kann nicht immer pikmin so früher ja schon aber ist also ich glaube halt pikmin ich höre pikmin wahrscheinlich obwohl vielleicht müsste ich diese abklatsche mal spielen aber pikmin hat einfach auch so ein vibe den kein anderes spiel auf jeden fall so also es war ja wirklich so fünf minuten mini games aber du hast gemerkt dass die dann halt das versucht haben zu machen was man sagen also generell mich bewundert es immer wieder weil so ich schwöre und hier wo ich aufgewachsen bin niemand hat also gamecube weißt du super nintendo hatten einige halt und also ich auch aber so n64 hatte so gut wie keiner und gamecube ist recht niemand und dann erst wieder zur wii hatten die nintendo konsolen und deswegen ist halt schon so immer wieder lustig so zu sehen halt wie wie weißt du diese ganzen spiele die man verpasst hat und halt zu sehen weil so irgendwie um mich herum jeder ist halt so nintendo fällen gewesen haben halt alles jemals so aber ich glaube halt auch also gamecube ist glaube ich auch ein bisschen was was so das ist einfach weil wir halt in der bubble sind von leuten die einfach so nintendo massiv feiern naja so weil ich schwöre so der großteil von leuten hatte eigentlich kein game also kommt mir so vor oder so ja ja also so also ich kann dir auch einen tippen der hatte in gamecube das war auch der chilligste typ jemals der ali halt ne ja von dem ich ja mehrmals zum stream schon erzählt das war also so keine ahnung der hatte sie halt so massiven gaming drip halt damals schon so das war einfach so also weißt du all die leute die halt so irgendwie so tun als wären die so jetzt so fans so also ich mich halt auch nicht so insgesamt aber so ich muss einfach ali kurz diese raps geben weil es halt einfach so weil der hat sich einfach mir aus japan importiert also beide versionen so gestalt und hier dieses ist damals auch schon also gestalt gab es ja hier aber so ja mann der hat einfach so mir hat der mccry hat okami halt so der gamecube mit chainsaw controller für resident evil der hatte so alle konsolen und auch hier so el shaddai hat er gespielt halt und also der voll viel aus so geheimtipps gedaddelt und durch den kann ich dann sowas auch so außer persona 3 der hatte damals halt schon so zu release sich persona geholt heißt und das fand ich halt auch bemerkbar also der der kannte auch persona 2 ich weiß nicht ob er das auch gespielt hat würde mich nicht wundern aber so ich schwöre der war nicht mal der sah nicht mal so aus als wäre da so jemand der halt die ganze scheiße hätte weil so ich schwöre ali einfach größer ehre manchmal aber so wie war der älter als so war der auch so 16 und hat schon so vor allem da war ich halt noch mini klein also ich habe halt so mit leuten geschickt die fünf jahre älter waren als ich so und der also der war auch als fünf jahre älter und ich schwöre so als keine ahnung hat sie mir so von dem gamekeeper erzählt hat und so was ich da geholt hat so resident evil 4 mit chainsaw controller war ich irgendwie acht und der war 13 oder so halt ja ja aber das aber 13 und jahre ist ja genau genau haben wir schon heftig ja weil ich höre auch als ich dann so ich hatte ja mit ich glaube 10 hatte ich meine ps3 und er hatte halt auch so eine ps3 sich geholt zu der selben zeit und auch damals schon irgendwie so nie am dannen gewesen und dann dadurch kann ich halt nie erweist und keine ahnung ich bin dem mann dankbar weiß ja normal also ich habe mich nie getraut irgendwas auszuleihen so weil ich bin also das waren ja auch seine babys ich schwöre wenn mir ausgeliehen der war chillig aber so also trotzdem ich habe dann immer so geguckt oah krass so ali weil so ich wusste halt wenn der mit irgendwas kommt das ist das ist das geht hartes spiel weißt du so der kam also nicht erzählt dann irgendwie so von persona das erste mal und ich habe mir dann so ganz allein guckt boah krass persona 3 wie sieht das aus und so war schon heftig war cool sein username auch mili gogo heftiger user ich weiß nicht mehr wovon das war aber irgendwas war das ja aber es hört sich krass an letztlich aber einfach ali nennt es auch wirklich so als username einfach ali so wenn der das gerade hört so größten gruß an ihn ja schon du hörst dich heftig an ja mann ich würde war auch so der war halt so immer so der war so der bisschen der so der dicke aus der gruppe halt so aber der hat irgendwie innerhalb von dem sommer halt so massiv abgenommen war so bodybuilder danach und das heftig und das war einfach alles durchgezogen sein der schon ich gerne ja wirklich leider nicht mehr so am daddeln halt ja das soll mir seine ganze collection schenken hast du dir noch auf insta ne ich schwöre sein name anders schwer sein nachname bruder ich aber ich war halt mit seiner schwester an der selben schule und ich habe sogar im kindergarten praktikum gemacht wo sein kleiner bruder halt war dann habe ich den so betreut und da damals sag ich mir so boi ich muss mir diese nachnamen merken ich muss ihn mal wieder so irgendwo enden halt weil ich höre der ist krass so manchmal sieht man den halt irgendwo rumlaufen ist der hier immer noch ich weiß nicht ob immer noch also vor ein paar jahren habe ich den halt noch mal so gesehen und ja keine ahnung ist immer noch so voll down to earth so ich schwöre ich würde ich hätte gerne seine ganze collection ja so immer gönnen aber so das ist ehrlich heftig aber ich kann auch seinem kleinen bruder weil so ich schwöre wenn wenn die eltern so dem dem kleinen bruder einfach dann so alles da gelassen haben was du sei was hier alle gesammelt hat dann wächst er auf mit ein paar bangern weiß ja das stimmt das stimmt aber ich werde so wahrscheinlich ist und bleibt er dann hängen auf fifa oder so aber ich bin ich muss dann auch mal so ich hoffe dann geht es so einmal durch und sieht man was ist so verstaubt zu pustet so den staub von mir weg so und dann ballert er das einmal rein weiß ja normal ich will auch nur wegen den kann ich damals der will mich klein und so der war anders drauf wer das jetzt können wir aufteilen sage ich zum beispiel 10 und dann kannst du die elfen aber warum kriege ich elf ich bin einfach along for the ride oder so ja schon schon aber das ist natürlich die zwiebel scheint eine art mess zu sein ja ja aber ich schwöre ja ja mal update ne fickt man hat ja dann gönn dir was ja da rein ach so ich musste erst mal transferieren von meinem bankkonto ich schwöre das ist wie bankkonto ja ich würde aber feiern wenn so so währung einfach bankkonto wäre so irgendwie pigment auf warkasse abheben ja das wäre massiv krass ja da hinten du kannst zum beispiel dein jetzt das hier machen lassen das glas nein das habe ich doch in meiner review zum video gesagt das sind es doch erst mal was ehrlich gesagt ich habe gesagt hier nee das ist ja jetzt der erste tag den wir haben hier oben sind die glas scheiben die würde ich jetzt oder ja du wir können auch nicht ja okay aber mein ding der eine günstig jetzt massen ja er ist am haften ja wirklich kann ich noch mal einen rufen oh tschuldige kommen jetzt alle ja ja also aber was halt heftig ist wenn wir dann später so mit mehreren charakteren und so sind dann kann man sich wirklich so aufteilen und so sagen ey heute holst du dir zum beispiel die frucht und dann hole ich mir die krass war das in den vorgängern auch so gespielt hat es gibt ja dass die wollten immer unbedingt mal machen aber es ging halt wegen der technik nie aber jetzt liegen jetzt ja ja auf der wii geht es vielleicht auch aber so sie haben nicht so leben gegeben wie auf das wird ja schon ich will auf der wii hätte was genau so gut funktioniert aber so ich dachte immer dass irgendeins davon koop hätte aber nur so missionen dann ne ach so ja das sowieso immer also die haben immer also abpick mit zwei auf jeden fall haben die immer so missionen und so gemacht wo man dann zu zweit machen kann aber so einen richtigen korps gibt es erst mit dem spiel und das ist also und theoretisch das halt der faktor part weil dieses spiel ist eigentlich ja so so bisschen darauf konzipiert und weil das drei charaktere und du kannst sie überall hinschicken wo du willst ja und im single player ist halt auch schädlich weil auf der wii hattest du halt das game wo du dann so helfen aber so im single player ist halt noch mal andere weibes normal also ich denke mir vor allem eben als wir dann diese so wir haben jetzt schon ein paar stellen wo dann du irgendwie schon im nächsten gebiet war es nicht noch im alten und ich denke mir einfach dass das massiv tödich hat einfach so die idee dann halt so dass wir nicht aufteilen auf diesem planeten so stell dir vor dass wir so 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 ein lifestyle game oder sowieso so planeten gebe man wirklich so einfach dann reinet jeden tag so ja das wäre massiv weil ich glaube pick man wäre auch gutes spiel wo man okay damit wäre einfach zu bleiben also solange es halt so also solange die also ein paar alle paar wochen monate so eine neue welt machen würden wir massiv tödich aber so dessen die müssen ja mal was mit dem glibber glock hier was damit können die sich so aufleveln so mäßig wenn du die einfach dahin bringt zum beispiel jetzt saufen die bisschen jetzt haben sie die blumen und dann werden die kasse so dann sind die schneller und die machen mehr schaden das haben wir schon in dem nintendo lernt mini game gelernt ach so ja stimmt da haben die die mechanik übernommen aber jetzt wird gefährlich aber müssen wir noch etwas erledigen oder ich glaube hier nicht mehr und dann jetzt hier müssten wir unseren ersten großen gegner man darfst du von hinten dann ist der andere das ist aber immer so kinder ja ich warte auf eine günstige gelegenheit aber das macht sich am schlafen sowieso einfach so attackieren ja ich würde attackieren was ich jetzt weiß nicht was gefährlich gefährlich ja geht zehn und nehmen wir seine leiche jetzt mit ja von dem kriegen wir dann neue pikmin so und hier sind auch noch ein paar für dich wieder aber so wie wir wir enden wir beschränken ja seine leiche das leben der pikmin geht über alles stimmen wir sorgen einfach dafür dass diese parasiten verbreiten auf diesem planeten ich würde aber ich war ja dass du kannst die auspflanzen wenn du willst dann hast du wieder ein paar mehr fast ein vollfriede bruder ja schon ich höre wir sind was wir haben gleich allerdings aber sowas ich immer krass und das hat ja auch so ein bisschen so wirklich zur weise weise irgendwie dass man auch so zeit limit hat oder und so muss man nicht auch irgendwie essen und ja also hier hier ist es massiv survival mäßig weil sie so er hat ja auch von gesagt wir haben nur vorrat für drei tage genau genau das heißt wenn wir in den drei tagen keine neue frucht holen um uns so säfte zu machen dann werden wir halt sterben und dann muss man auch wirklich von einem tag wieder anfangen wo man aber ich war ja dass er das wii gamepad benutzt ja aber ich finde es auch krass dass ich es hier dann immer noch so gemacht wie krass es wäre wenn es so eine wii u special edition gegeben hätte mit dem als gamepad so dass sie ja das wäre mit dem design so dass wir massiv heftig ja und das gehe ich für das design ist nicht mal so krass also man kann ja sie sie machen so aber man muss das mal so kasten machen ja schon große frucht entdeckt ja normal normal aber das ist die mission die wir gerade machen dass die die ich in meinem video so so gefeiert habe aber dieser was willst du dein video hier also verlinken hier noch so haben wir es aber mehr upload das wäre heftig dann kannst du aber auch part 2 machen so ja ich muss ich das dann so zu jedem level machen ja das wäre massiv krass war das nicht eigentlich eine idee ich wollte ich wollte nutzen die ist aber eine dicke erdbeere die wert zurück bringen die ist massiv heftig und da geht es jetzt in neues gebiet was uns da wohl erwarten wird